Es geht weiter, hoffen wir es. Hoffentlich stellt es das nicht ab, denn, dann geht es nicht weiter. Wir holen uns jetzt einfach das Schwert. Deine neue Klingel. Aus extra edel. Schwerer, stärker und brillanter. Wie wieder vor. Ey, mir brummt mein PC sehr laut. Oh ne. Ich komme. Ich komme, ich komme, ich komme. So, warten wir. Stimmt, wir warten darauf, bis der PC abstürzt und dann... ...warte, was wir lachen haben. Ha, ha, ha. Ich lache mich jetzt Schrott. Wer so ein Riesel ist, dann lache ich. Denn es gefällt mir nicht. Und zwar gleich dreifach und zweifach. Ja, genau deswegen. Überspringen. Überspringen. Auf Wiedersehen. Weil ich weggehe. Nicht möglich. Okay, runter. Es kommt. Wenn ihr euch nicht beheilt, denn... Oh. Typisch. Ich muss die Dinger besiegen, damit ich durch kann. Dann wird er eine tot. Den Satz hätte ich trotzdem gerne. Geil. Die... Wie sie... ...wiederbeleben sich selber. Kommen aber nicht runter. Okay. Merken. Sie können nicht mehr wieder hoch. Rein technisch. Von hier oben gesehen. Ja. Ja. Vorsichtig! Hilfe! Oh! Oh! Olleee Feier kann ich auch nicht Was soll der Müll denn wieder, wegen diesem Typ? Nein, nein, nein Doch, 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 das ist so wie wir Ja, dann geht das, müssen wir nicht nochmal sehen Hat sogar geklappt Ich denke, ihr könnt euch ja alles erlauben, oder? Und zwar echt, ey Ach herrlich, kommt Wir Oh Gott, nee Äh Äh Ja, nicht mehr mit mir näher kommen, würde es Äh 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 Komm her Jetzt soll ich aber speichern Und Papierenden Genau da Äh Äh Das war's wohl, 71%, super Gut Beim nächsten Mal fangen wir hier Wir kommen langsam voran Hier ist einer Soll ich ihn betätigen? Noch nicht, lasst mich erst auf die Plattform Bis dann Bis dann